jetzt für euch im test die hammer single shots im neuen design sind jetzt erst mal ein und dann machen wir noch die zwei hinterher die anderen auch noch die anderen auch noch die anderen auch noch Und gleich noch einen. Jetzt nochmal ein Fazit zu diesen Bombenrohren, also es gibt kaum oder das sind eigentlich die lautesten Bombenrohre, die es hier in Deutschland zu kaufen gibt. Leider nicht ganz günstig, vier Stück kosten ca. 10 Euro. Bis zum nächsten Mal.